Der Start ist wieder freig gewesen für den nächsten Rauf hier an der 16.1 Kaffee. Das dritte Rennig. Der Start ist wieder freig gewesen für den nächsten Rennig. Die Wolde-Forster-Füchse aufhörens umgebende Positionen. 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 Die Pokalrängel nur noch auf Platz 5 oder 6 bei der Siegerehrung geführt. Endlicher Racing, den letzten Lauf. Das verstehen Sie hier.